Eigentlich ist Herzogin Kate in erster Linie für ihre Grazie bekannt, die 40-Jährige versprüht stets den Glamour der britischen Krone. Doch jetzt hat sie einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur mit glanzvollem Auftreten, sondern auch mit Humor und Körpereinsatz punkten kann. Auf einem Termin zeigte Kate sich von ihrer nahbaren Seite, mit der Herzogin eine Runde Fußball zu spielen, ein Bier zu trinken und zu scherzen, überhaupt kein Problem. Ihrem Lug blieb die Frau von Prinz William, 40, dabei natürlich treu. Im zarten Chiffonkleid begeisterte Kate die Anwesenden und zeigte, was sie kann. Im Video seht ihr den coolen Auftritt von Herzogin Kate. Herzogin Kate, sie feiert eine royale Premiere. Nicht nur der Termin auf dem Fußballrasen lief wie am Schnürchen, auch mit einem anderen Auftritt spielte sich die Mutter von Prinz George, 8, Prinzessin Charlotte, 7, und Prinz Louis, 4, erneut in die Herzen des Volkes. In einem Museum wird derzeit ein ganz besonderes Porträt von William und Kate ausgestellt, es ist das erste überhaupt, welches das Paar gemeinsam zeigt. Diese royale Premiere faszinierte auch die Herzogin selbst, wie ihr im Video sehen könnt.